Moin moin und herzlich willkommen hier zu BroFolz zu einer leckeren, süßen, epischen, warum die gar unten schinken. Banano! Bananen ist am Start und rennt direkt nach vorne und wartet hier erstmal, wunsch hin. Nee, kann. Warte, 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 warte. Erstmal warten, bis die alle aufgeschnippelt worden sind. Jetzt the go! Zack! So, hier machst du gleich Boom. Aber nicht mit mir. Okay, hier kann man ruhig noch rüber. Let's go! Ich hab die goldene Krone! Ich bin Zerminion! Pam! Aua! Hey, ich hab doch den Hammer gehabt. Wofür ist der Hammer denn? Doch für den Schluss, ne? Oder so. Die Leute irgendwie noch, weiß ich nicht wofür. Guck mal, wenn ich mit dem Hammer irgendwas versuchen will, verkacke ich. Ich weiß nicht, wo... Ich weiß nicht, wo... Uuhu... Können wir, das schaffen wir. Also, ich schaff das. Jawoll! Hallo! Ich krieg... ...rein! 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 Ohohohoho! Ohohohoho! So, jetzt... Wo ist das Brokkoli-Ding? Auf zum Brokkoli! Ich würde gerne hier auch mal so aus Spaß so aktivieren, so... ...haha, ich war ja... ...ah, ich war ja... ...einmal war ich ja... ...dat Brokkoli... ...aber war völlig überfordert, was ich machen sollte. Hallo, Feli! Oha, der hat da alles fallen gemacht. Was bringt ihm das? Komm her, du! Hiya! Ah! Hahaha! Er war doch so gut wie tot! Einweiter! Jawoll! Gib mir an, Schwung! Aua! Persona für Mais... ...weiß ich auch nicht, was du warst. Ananas oder so. Oh, hier! Kung... Kung-Fu-Banano! Ah, er ist erledigt, oder? Nee, er lebt noch. I coming! Jawoll, wo bist du? Ich gebe ihn den letzten Hieb. Auuuutsch! Auuutsch! Okay, Brokkoli ist erledigt. Ich rutsche meine Rund... Ich rutsche meine Bahn. Auuutsch! Hier, ich kriege den Schinken in der Eier. Hm, Schweinchen. Schweinchen, wo bist du? Ich kriege den in der Eier. Schwein! 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 Bleib stehen! Schwein! Bleib stehen! Schwein! Schwein! Aha! Oh nein, das Schwein wurde gehauen. Oh! Die haben sich nicht mal... Die Zeit ist abgelaufen. Die haben es alle nicht geschafft. 35 haben es nur geschafft. Die haben es alle nicht geschafft wegen der Zeit. Oh Mann, oh Mann. Babau! Das istント Instagram! Babau, übers voters! Babau, ba,hm ... Babau, 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 babau. The rolling tone... Oh, was bist du denn für ein leckeres Lippkuchen? Ich möchte gerne... Weißt du, was ich möchte? Ich möchte gerne Brokkoli werden und eine Nummer 1. Let's go. Warten wir erstmal. Wuhu, da fliegen alle und let's go. Esser. Warten. Warten. Leute, ihr müsst doch drauf achten, was... Ich bin erster. Wuhu. Nein, ihr müsst stehen bleiben. Weh. Go, go, go. Warten, warten, warten. Go, go, go. Der Typ ist da hinten. 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 Jawohl, jetzt. Jawohl, jetzt. Warten. Jetzt. Ah, nein. Oh, ja. Ich bin Silber. Silber. Danke. Danke. Go. Oh, was war da denn? Und jetzt. Und jetzt. Gib ihn. Autsch, nicht mich. Sehe ich aus wie ein Brokkoli. ich komme. Ich komme. Ja. Mach die vollen, fühl mich weg. Ich komme. Autsch. Attacke. Oh. Oh Mann, ich wollte gerade den Schwein von hinten. Schwein, Schinken, go. Schwein, Schinken, go. Wir sind in der dritten und damit vorletzten Runde. Vor dem Finale. Letzte Runde vor dem Finale. Ja, Schinken ist auch noch dabei. Zwei Schinken sind da. Zwei Schweine sind dabei. Kein Häschen mehr. So, Leute. Habe ich immer das Pech, dass immer die gleichen Räume kommen? Ich glaube, das ist so hier bei dieser Gratis-Version. Man kann sich das Spiel auch kaufen, aber ich habe gedacht, weißt du was, für dieses Let's Fun reicht das, wenn man dieses eine kostenlose Version hier hat. Let's gooooooo. Let's gooo. Hä? Ich habe kalt. Ich habe kalt. Ich weiß nicht, wo ist das Brokkoli-Ding. Ja! Shit! Es dürfen ja nur 10 an Ziel. Ja! Verdammt! Verdammt! Was willst du denn für ein Erdnuss-Flip? Jetzt! Let's go! Let's go! 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 Was ist das Brokkoli? Nein! Nein. Ginger Dundell ist das Brokkoli. Level 0. Der wird also gar keine Ahnung haben, wie es so funktioniert als Brokkoli. Der wird wahrscheinlich da so irre rumlaufen, so wie ich da rumgelaufen bin. Nee, da weiß ich schon genau, wo er hin muss. Aha. Leute, wartet doch. Leute, ihr müsst warten. Leute. Jetzt, rennen, 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 rennen. Ja, Quatsch. Guck mal, wartet doch nur da rum. Ihr seid alle so doof. Jetzt kommen die Flaschen gleich. Jawohl. Jetzt macht er Feuer. Jawohl. Nein, das war so scheiße. Ach, verdammt. Ich hätte irgendwie in dem Moment also Rührer wechseln müssen. Oh, fuck. Oh, jetzt haben die da vorne alle keine Fallen. Nein, shit. Shitty mit Tiddy. Shitty mit Tiddy. Shitty mit Tiddy. Ding, ding. Geh hier außen lang. Außen ist mein Freund. Willst du mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Ja, ja. Bääää. Ja. Shit. Erzähl mir nix. Was war das denn für Cheat? I'm coming. Da bin ich vorbei. Wo ist das Brokkoli? Oh, da hat er diesen Chat aber gut gerettet. Ich hab's geschafft. Jung, weg mit euch. Raspel, raspel, raspel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. So, jetzt kam wieder eins von den anderen. Dieses Overheartglass und so. Ich glaub nicht, dass wir das kriegen werden. Glaub ich nicht. Weil ich halt diese kostenlose Version spiele. Banana. Guuu. Die Banane is am Schüssel und sprintet durch und wartet jetzt erstmal. Ihr seid alle so doof. Ihr seid alle so doof. Ihr seid alle so doof. Jetzt macht er gleich Boom. Er macht gleich Boom. 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 Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Okay, er macht die Flaschen nicht. Er macht die Flaschen nicht. Let's go. Let's go. Let's go. Atacke. 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 Auf den Brokkoli. Auf den Brokkoli. Blöde Schokolade, du. Komm her, du. Du Brokkoli. Da ist der Brokkoli. Da ist der Brokkoli. Da ist der Brokkoli. Jawohl. Nicht mich. Den Brokkoli. Aua. 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 Blöde Schili, du. Blöde Schili. Blöde Schili. Ich bin ganz eifersüchtig auf dich. Aha. Haia. Aaaaaa. Brokkoli ist tot. Okay. Dann können wir jetzt rutschen. Aua. Was bist du denn für ein leckeres Brötchen? Mhmm. Oh. Komm her. Uiuiuiui. Leckeres Brötchen, du. Uiuiui. Die macht die auch richtig spitze, die Beine. Richtig breit. Oh. Komm her, du. Aua. Komm her, du. Hey, du. Spiegler ist auch mit am Schüssel. Ah, Kuchen. 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 Guck mal, das Brötchen will mich. Guck mal, das Brötchen will mich. Ah. Komm, lass mich dich nehmen. Ja. Komm her, du Brötchen, du. Ja. Komm her, du Brötchen. Jetzt. Warte. Jetzt. Ja. Komm her, du Brötchen. Ja. Brötchen und Banane ergibt Spiegelei. Wir haben das Spiegelei eingebatscht. Das ist unser Baby. Oh, gar kein Schwein mehr dabei. Schweine sind nicht dabei. Hasen allerdings auch nicht. Ein Fisch mit Katzenbrille. Jupp. Ja. Guck, es kommen immer die gleichen bei diesem. Bei dieser kostenlosen Edition. Schade eigentlich. Schade. Aber da ich jetzt noch nicht so hier mit meinen Freunden protzen kann, mit meiner Anzahl an Freunden, würde ich mir das jetzt aber auch nicht kaufen, um das hier zu zocken, weil ich ja keine Freunde habe. Let's gooo. Let's gooo. Autsch. Da war ja was. Guck mal, der geht einfach schon mal weiter. Hab dich. Komm her. Komm her, du. Ja, Tänzchen. Biss, biss, biss. Komm her, du. Ja. Ja. Komm her. Ja. Ja, ja. Komm. Ja. Okay. Genug gealbert. Let's go. Jetzt geht's um die Wars. Wir sind kurz vor dem Finale, da kann ich jetzt nicht noch rumalbern. Den Flip hinterher. Den Flip. Was bist du denn für ein Flip? Was bist du denn für ein Flip? Ach, sind schon im Ziel. Ach, sind schon im Ziel. Und bitte, bitte stirb da vorne. Bitte stirb. Ich hätte mit dieser Limette nicht so rumalbern sein. Ich werde mit dieser Limette nicht so rumalbern sein.